Wir sind schon immer auf dem Schiff hier vorhanden. Noch nie in Deutschland. Immer vom Weinzen. Ja, ich bin mega aufgeregt. Schon das fünste Mal mit AIDA. Wir haben noch nie alles gesehen. Ich bin traurig, dass ich mich jetzt für ein Vierteljahr von meinen Lieben verabschieden muss, aber es ist eine Freude, dass ich mich jetzt auf dem Schiff habe. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR